Moin zusammen, nun geht es wieder an den Boxen zu hören, ne, den Boxen, das machen wir die viereste Zahl an, ne, über den Finden, ne, so, finden wir den, den Britta-Vogel, so, so, komm mal her, so, nach langem hin und her, ne, haben wir ihn doch eingefunden, ne, ja, so, so, hm, an Milka, mit hellen Flügeln, ne, so, ja, ist das gut, du, du gehst jetzt auf die Reise, ne, vor Britta nach Amstetten, ne, was die anderen alle verrückt gespielt haben, ne, so, du, so, komm mal her, du warst ja schon weg, ne, komm mal her, so, da ist der Hibbel, der schon weg war, der ganz da abgeholt wird, ne, so, so, nicht, so, Milka, so, wieder grüne, na, Milka, komm mal her, da, muss ich mal aufschreiben, ne, 7, 7, 1, 2, 1, 7, 1, 2, 1, 7, 1, 2, 1, 7, 1, 2, microwave, So. Alles gut? Ja, ne? Noch einmal in die Kamera gucken, ne? So. Und dann gehst du nach Endstetten, ne? Flacke auf, schaff. Ja, so. Und schützt. Und dann gehst du nach Endstetten, ne? Ja, rein mit dir. Das war der Erste, ne? So. Jetzt kommt die Nummer 2 und 3. Die Nummer 2 und 3, die geht nach Bad Dönhausen von Nikollen, ne? Bad Dönhausen von Nikollen, ne? Junge, das gibt ja etwas überhaupt. Blau, weiß und grün, gelb. Und Wolke, ne? Ja. So. Wir wollen nach Bad Dönhausen, ne? Das ist so. Komm mal her. Das ist so. Jetzt gehst du auch schon wieder. Hier ist das. Den haben wir hier schon wieder. Ja. Komm her. Du warst das nicht, ne? Du bist ja jetzt hier im Gelbe geblieben, ne? So. Hier bist du geblieben. Hier, ne? Komm mal her. So. Und die Wolke. Komm mal her, Wolke. Bist du verrückt, ne? Komm her. Hallo. Ja, Wolke. Was ist los heute, ne? So. Alles gut. Alles gut. Komm her. Hallo. Alter Spinner, ne? So. Hallo. Junge, 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 ne? So. Was ist los heute, ne? Komm her. Du. Alte Wolke. Nicht, komm her. Da bist du, ne? Du gehst auch nach Bad Oeylhausen, ne? So, Nicole. Nicht, Wolke. Alles gut, du? Wolke. Die Wolke. Die Wolke und der... Wo ist er? Da oben. So. Ihr beide, ne? Schau mal her. Alles ist groß. Was ist los, Wolke, ne? Was ist los, ne? Wolke. Komm her. Wo wollen wir uns ein bisschen spielen, Wolke? So. Wollen wir ein bisschen korrekt spielen? So. Wolke. Komm her. So. Hallo. Und? Ihr beide nicht? Ja. Ich glaube, ihr packt euch in eine Box, oder? Die beiden, nicht? So, packt ihr euch in eine Box. Ja. Ja. So. Ja. Ja, ich pack euch in eine Box nicht. Geht, das passt euch so gut. Dann wird er noch geschüttert. Gut. Gut. So, komm mal her. Ihr beiden, so. Das sind die beiden. Da müssen wir mal überlegen. Ich packe dir erstmal in die oberste Box. Komm mal her. Ich packe euch erstmal zusammen, dass der Regen immer ab, nicht? Komm mal her. Der Regen muss erstmal ab. Der Oste, nicht? So. Ab. Hier die obere Box. Komm mal her. Komm mal her. Komm. Oh, komm. Dann komm mal her. Komm. Komm. Die ist auch mit da rein. Komm. So. So, jetzt muss ich hier noch... Das sieht gar nicht aus, da sind die Beine zusammen. So, das war jetzt die Nicole von Böhnhausen. So, jetzt kommt... Ja, ich muss hier mal gucken. Alles kompliziert. So, die Tanja bekommt ihren Vorwügel, schickt auf eine andere Adresse. Das ist die Tanja aus Barg der Heide, ne? Du bekommst den Hübschen hier jetzt, ne? Guck mal her. So. Der ist die Tanja aus Barg der Heide, ne? So. Ja. Guck mal her. Alles ist gut, ne? Hast du auch einen Ring gehabt, muss? Guck mal her. Guck mal her. Danke. Ich sehe 713. Na ja. 713. So. Ne? So, so geht der Tanja, ne? Alles gut? Ein ganz guter Tanja, ne? So, komm her. Ab mit dir. Hopp, kommst du weg. So, komm mal her. Das bist du, ne? So, so. Bist du der Blau-Weiße? Ja, ne? Komm mal her. Ein ganz lieber, ja? Bist du da? Gut. So, ne? So. Gefressen hast du, ne? So. Hast du gefressen? Ja. So. Alles ist gut, ne? So, dann gehen wir los. Ab. Rein mit dir. Und das war der letzte, ne? Das war der letzte, ne? Du. So. So. Wo ist jetzt unser Blau? Na? Wo ist jetzt unser Blau-Versteck? Ne? Komm mal her. Da ist noch ein neuer Blau, ne? Ein neuer Blau. Ja. Ja. Bist du ein neuer Blau? Wo ist denn der Schweizer Blau geblieben? Da hinten versteckt er sich gerade. Komm mal her. So. Wo ist denn der Schweizer Blau geblieben? Ja. So. Bist du der Schweizer Blau für nächste Woche? Ja, nicht? Was? Komm her. Hm? Bist du der Schweizer Blau für nächste Woche? So. Hm? So. Hm? So. Was ist hier los eigentlich, hm? So. Komm her. Was ist hier eigentlich los in Schweizer, hm? So. Wie heißt du? Uri? So. Wie heißt der Uri? Da ja. Der Uri, ne? So. 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 Bist du der Uri? Alles ist gut, ne? So. Bist du Ruhe reinbringen hier, ne? So, Uri? Hm? So. 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 Die ist ja der letzte, ne? Aber die ist jetzt nächste Woche auf die Reise, ne? So. 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 Bei der letzte, ne? Aber die ist jetzt nächste Woche auf die Reise, ne? Ne? Die ist erst nächste Woche auf die Reise, ne? Alles gut? So. Und tschüss.